Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Liedergut, die Weihnachtsausgabe. Wir sind zusammen heute, wir haben es geschafft, finally, tatsächlich. Ich muss dich vorstellen, glaube ich, oder? Ja, bitte doch. Das ist mein Rolf. Das ist einfach nur Rolf, Regie Rolf. Er begleitet mich, uns, das ganze Jahr und produziert die Sendung Liedergut. Also er ist Herz und Kopf hinter der ganzen Show und endlich können wir zusammen sein. Ich freue mich sehr. Ich freue mich vor allen Dingen auch sehr, weil wir ja hier ein bisschen Weihnachtsdeko aufgebaut haben. Dieses Gefühl kommt schon direkt rüber und ich freue mich auch auf den Vino, den wir gleich zusammenbringen werden. Und ich, ihr Lieben, sage euch, worauf ich mich am meisten freue. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich das ganze Jahr darauf gefreut und dachte eigentlich, wir wären vielleicht schon so weit und sitzen hier nicht nur mit Rolf, sondern auch mit Rolf Zukowski. Es ist schließlich Weihnachten. Wir haben es so halb geschafft. Rolf Zukowski ist tatsächlich uns zugeschaltet aus Hamburg. und ich freue mich so sehr. Hallo! Es ist Weihnachten und du bist da. Das ist der schönste Abschluss des Jahres, den man sich vorstellen kann. Wie fühlt man sich denn so mit zwei Rolfs? Also die Frage geht an mich. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Dame zuerst. Nein, weil ich habe doch zwei Rolfs bei mir und ich muss wirklich sagen, es ist mein Lebenstraum geht in Erfüllung. Wunderbar, der ist in Erfüllung gegangen. Dann ist Weihnachten ja für dich gelaufen. Du hast ja schon alles gehabt. Weihnachten ist für mich gelaufen. Es ist alles gut. Wir haben Wein, wir haben Deko. Ich habe Rolf Zukowski und ich habe meinen Rolf hier und mit zwei so großartigen Männern. Also ich fühle mich sicher und gesegnet gerade. Es ist alles gut. Hört sich gut an, Otre. Lieber Rolf, ich freue mich auch, dass du da bist, dass noch jemand anderes hier ist, der auch noch diesen Vornamen hat. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Der ist ja nicht so... Nein, es gibt wirklich nicht sehr viele und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwann die Letzten sind. Mit anderen Worten, Leute, wenn ihr Kinder in die Welt setzt, dann darf auch gerne mal wieder ein Rolf dabei sein. So, ja, schön, dass das mal gesagt wurde. Du hast eben mein Lieblingstied von früher angespielt, weil der Rolf hat nämlich seine Gitarre ein bisschen nebendran. Ich habe die Gitarre dabei. Möchtest du das singen mit dir? Das geht ja leider... Das geht ja schon gut los hier. Das geht ja schon richtig gut. Rolf, mach ein Wein auf. Machen wir gleich. Die Schwierigkeit bei dieser Art von Internet ist ja, dass es einen Verzug gibt, so eine Art Latenz. Aber bei diesem Lied ist das nicht schlimm, denn du machst ja immer nur die Echos und die dürfen gerne zu spät kommen. Pass mal auf. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mit dem Sack ziehe ich von Haus zu Haus. Guten Tag. Guten Tag. Stellt die Tiefel raus, stellt die... Oh ne, es ist ja jetzt schon vorbei, ne? Das wäre ja das Lied für den 5. Dezember. Oh. Ich habe das früher immer durchgehört. Bis zum neuen Jahr. Bist dabei eingeschlafen. Heute Nacht, wenn alle schlafen gehen. Heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Könnt ihr mich in euren Träumen sehen. Heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Bis der Morgen graut, bis der Morgen graut. Und ihr fröhlich in die Stiefel schaut. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Funktioniert, ne? Rolf! Funktioniert. Das ideale Latenzlied. Das stimmt, ja. Funktioniert ein Leben lang. Es ist bald Weihnachten. Es ist Weihnachten und wie verbringst du denn Weihnachten? Das musst du mir nochmal sagen, mich nochmal fragen. Wie verbringst du Weihnachten, Rolf? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann ich denn in die Zukunft gucken? Ich kann nur sagen, was wir planen, ja? Wir haben ein fünftes Enkelkind seit dem 7. Juli. Unser Andreas hat mit seiner Juliane ein Kind in die Welt gesetzt. Hört ihr mich noch? Ja. Ja, das ist gut. Das ist wichtig, denn dieses Kind bringt unsere Weihnachtsordnung ein bisschen aus der Ordnung. Nämlich die beiden wollen mit ihrem Kind zum ersten Mal allein Heiligabend feiern. Und darum bin ich mit unserem größeren Sohn und meiner Frau allein, Alexander Zukowski. Den kennt ihr wahrscheinlich als Songwriter. Und wir gehen dann aber am späteren Nachmittag, frühen Abend, zu meiner Tochter. Die hat ja vier Kinder, die Anuschka. Und da werden wir dann die eigentlich richtige Bescherung machen. Und über die Feiertage kommt dann mein Sohn mit seinem Baby und seiner Frau zu uns. Und so staffeln wir Weihnachten ein bisschen und dürfen wahrscheinlich zwei- bis dreimal am Tannenbaum unsere Lieblingslieder singen. Nämlich O du fröhliche, O Tannenbaum und alle Jahre wieder. Ach guck mal, die drei sind eure gemeinsamen Lieblingsweihnachtslieder oder deine? Am Tannenbaum sind das unsere gemeinsamen Lieblingslieder. Auch schon übrigens aus der Zeit, wo wir Kinder waren. Das sind überlieferte Lieder und die sollen es auch geben. Neue Weihnachtslieder sind natürlich schön, aber ohne die alten ist ja irgendwie auch nicht richtig Weihnachten. Ich habe eigentlich als liebstes Weihnachtslied aus meinem Repertoire in der Zeit das hier. Bald kommt das Christkind zu mir, bald, bald, bald. Kennst du das? Ich kenne alles von dir. Bald steht es vor meiner Tür, bald, bald, bald. Bald ist das Warten vorbei und das Fest beginnt und dann sagt mir keiner mehr, Geduld, Geduld, mein Kind. Ich liebe dieses Lied. Das hat mein Sohn Andreas, der jetzt gerade Papa geworden ist, auf dem Album Dezemberträume zum ersten Mal gesungen. Und da ist so viel kindliche Weihnachtssehnsucht drin, dass ich sehr glücklich bin, wenn ich das Lied höre. Also wenn einer Weihnachtstauber verbreiten kann, das ist wirklich Rolf Zuckowski natürlich in Erinnerung, in liebevoller Erinnerung an sich selbst als Kind, an die Familienzeit. Und wie schön, dass es bis heute deine Lieder sind für immer jung und gehen von Generation zu Generation weiter. Das ist schon was sehr Besonderes. Also die Kinder und die Eltern halten die Lieder jung und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich glaube, die Substanz ist da, dass es vielleicht auch noch Weihnachtslieder sind, die man singt, wenn ich aus dem Himmel zuhöre. Ich gucke dann so als Engelchen runter und freue mich immer noch. Jetzt habt ihr ja wirklich ganz viele Kindersegen zu Hause bekommen. Also die Häuser sind voll. Das ist toll. Ja, schön. Es geht weiter. Es geht immer noch ein bisschen weiter. Und du hast ja gesagt, warst ja deine Lieblingslieder oder ihr habt eure Lieblingslieder unterm Weihnachtsbaum. Aber deine Lieder, oder? Singt ihr die nicht auch? Die eigenen Lieder, die singen wir eigentlich dann erst, wenn Besuch kommt. Der Besuch wünscht sich das immer. Und da unser Alexander bei uns ist und er spielt ja sehr gut Gitarre, besser als ich, er singt auch sehr gut, glaube ich, wir werden dieses Jahr am ersten Weihnachtstag, wenn wir allein sind, wir drei, da werden wir bestimmt einige Lieder singen und er wird immer so zweite, dritte Stimmen singen, die ich gar nicht drauf habe. Und dann singt auch meine Frau mit, die nicht so gerne in der Öffentlichkeit singt, aber im Familienkreis ist sie wirklich eine große Sängerin und ich höre ihr furchtbar gerne zu. Deine Frau stellt dir immer deinen Nikolaus auf den Schreibtisch, den du hier gezeigt hast, zur Weihnachtszeit. Das ist kein Nikolaus, dies ist ein Weihnachtsmann. Ein Weihnachtsmann. Der Nikolaus zum Weihnachtsmann, es muss endlich was geschehen, dass man uns so oft verwechselt, das darf nicht so weitergehen. Du weißt, der Nikolaus ist ja eigentlich ein Bischof und dies hier ist nun wirklich kein Bischof mit dieser Santa Claus-Mütze. Nein, 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 dies ist ein Weihnachtsmann. Der sieht so gemütlich aus. Und war einer, den ich seit 15 Jahren auf dem Schreibtisch finde, wenn meine Frau am ersten Advent die Wohnung geschmückt hat. Immer noch derselbe, hat sich gut gehalten. Wow, und ganz schön viele Plätzchen gegessen. Ja, es ist so, wir haben auch Stollen bekommen. Es gibt eine Chorleiterin in Mecklenburg-Vorpommern, die schickt uns immer einen so großen Stollen, dass wir ihn in der ganzen Familie verteilen müssen. Das schmeckt sehr lecker. Und die Kinder vom Erich-Kessner-Kinderdorf in Frankenland bei Kitzingen haben uns einen riesen Karton geschickt mit Keksen, die so richtig nach Franken schmecken, mit Lebkuchen und allem, was dazu gehört. Also man muss schon aufpassen. Aber ich habe gemerkt, in meinem Gürtel sind noch mehr Löcher, die ich sehr lange nicht benutzt habe. Und die kommen jetzt bald alle dran. Bist du ein Genießer, Rolf? Also kann man dich mit Plätzchen und mit so Kram verwöhnen? Ja, ich kann schlecht Nein sagen dazu. Zwischendurch esse ich übrigens als Norddeutscher nah an Skandinavien auch gerne mal Lakritzen. Schmeckt übrigens besonders gut mit einem kleinen Glas Whisky, so Geheimtipp von mir. Lakritz und Whisky. Aber nicht zu viel davon, denn man kann einen Lakritz-Schwipps bekommen und das ist nicht gesund. Dann funktioniert das nicht mehr so richtig mit unterm Weihnachtsbaum spielen. Kann ich mir das eigentlich genauso vorstellen, dass du tatsächlich irgendwie deine Gitarre dann auch mit dabei hast und dann auch der Tongeber bist, wenn ihr schön Bescherung macht? Nein, am Tannenbaum stehen wir Hand in Hand. Übrigens spüre ich irgendwie da immer Hände, die gar nicht mehr da sind. Das ist ein bisschen von dem Weihnachtszauber, dass die Alten gefühlsmäßig wieder dabei sind, die mit uns gesungen haben. Aber wir singen einfach, wie man das so nennt, A Cappella, so ohne Instrumente und den Ton gibt irgendeiner an. Manchmal auch die Kinder. Da bin ich nicht der Chef am Tannenbaum, nein. Wo hast du das her, dieses Gefühl? Hast du das von deinen Eltern? Naja, wir haben in der Familie schon gern Weihnachten gefeiert. Es war nicht immer ganz friedlich, weil mein Vater und meine Großeltern sich nicht immer so gut verstanden haben. Aber irgendwie Heiligabend haben sie es meistens hingekriegt, dass es dann doch schön wurde. Und wir haben viel gesungen. Mein Vater hat Mundharmonika gespielt, am liebsten ihr Kinderlein Conmet. Das konnte er besonders gut. Und meine Mutter war sowieso eine leidenschaftliche Sängerin. Also Weihnachten und Lieder, das gehörte schon immer zusammen. Aber es gab eben wenig neue Lieder. Wahrscheinlich gab es daher auch viel Raum für meine neuen Weihnachtslieder, weil so vieles noch nicht besungen war. Aber schön, dass ihr die, die nicht mehr da sind, auch trotzdem irgendwie im Herzen dabei habt und auch spürt, dass sie da sind. Das ist toll. Wunderbar. Es gibt ein Lied von mir, das heißt, wenn ich an Weihnachten denke, sehe ich die Alten vor mir. Auch die, die nicht mehr da sind, sind nochmal wieder hier. Also ich habe diese Dinge letztendlich auch alle irgendwann vertont. Wir spüren, ihre Herzen sind uns immer noch nah und längst vergangene Stunden sind für uns wieder da. Schön. Das ist ganz toll. Was ist denn so eigentlich dein All-Time-Weihnachts-Favorite? Was ist der Song, wo du sagst, okay, den singe ich am aller, allerliebsten? Also wenn Kinder in der Nähe sind, gibt es ja nur eine Möglichkeit, obwohl es kein Weihnachtslied ist. Es ist ein Bäckerlied. In der Weihnachtsbäckerei vergibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Ja, das klappert jetzt so ein bisschen, aber das liegt am Internet. Aber von den erwachseneren Weihnachtsliedern habe ich dies hier am liebsten. Wäre uns der Himmel immer so nah und unsere Arme immer so offen, fänden viele sicher die Kraft, wieder zu hoffen. Da ist sehr, sehr viel drin, von dem sich... Wie geht's weiter, Rolf? Wie geht's weiter? Wie willst du es weiterhören? Wären unsere Herzen immer so weit. Sorry, ich muss ausnutzen müssen. Und lernten wir, in Frieden zu leben, fänden viele sicher die Kraft, nicht aufzugeben. Oh, Leute, ich sag euch was. Gut, das tut mir schon jedes Mal gut, aber es tut auch immer ein bisschen weh, weil man weiß, vieles von dem ist ja nur ein Wunsch. Nicht leicht zu erfüllen mit dem Frieden. Ja, aber allein das ist die Sehnsucht danach, hält ja auch schon zusammen. Und das, manchmal ist ja so die Gedanken oder die Wünsche, die Träume, allein das gibt ja schon ein gutes Gefühl. Manchmal reicht das schon. Also wenn man keine Träume mehr hat, dann ist man eigentlich arm dran. Und ich finde das mit dem Wunschlos glücklich so merkwürdig. Wunschlos könnte ich überhaupt nicht glücklich sein. Man braucht auch Wünsche und es müssen auch nicht immer alle gleich erfüllt werden. Und Weihnachten, du weißt ja wahrscheinlich, ich habe ein Album gemacht, das heißt Sehnsucht nach Weihnachten. Und da ist viel von dem drin, was wir auch in diesem Lied gerade gespürt haben. Bei dem Satz, den du eben gesagt hast, habe ich das erste Mal gehört, dass du ein Norddeutscher bist. Ja, das erste Mal. Ich kann auch richtig Hamburg hier sprechen. Wollt ihr mal genau hören, wo ich herkomme? Ja, will ich. Ja, bitte. Okay, der Rest des Interviews ist richtig, Rolf, Hamburg hier, Seemannskullover, wie sich das gehört, ne? Ho, 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 ho. Bist du aus Hamburg, Rolf, direkt aus Hamburg? Ja, ich bin hier geboren. Also nicht ein, ja. Ich möchte auch hier bleiben. Ich fahre wirklich gern raus, bin auch gern mal in eurer Gegend, aber nach Hamburg zurückkommen ist auch immer ein gutes Gefühl. Wenn man über die Elbe rüberkommt, dann hat man so einen Duft in der Luft, den Elbeduft und dann ist man zu Hause. Du hast ja gesagt, du hast ja ein Wochenendhäuschen noch. Wie weit ist das denn entfernt von euch? Also kann man da wirklich schnell hinfahren? Ja, das ist 20 Minuten. Wir sind ja im Westen von Hamburg und dann kommt noch ein Stadtteil, Rissen und dann kommt schon die schöne Stadt Wedel in Schleswig-Holstein und noch ein bisschen weiter ist unser Wochenendhaus. Und in dem ist übrigens alles zum Klingen gebracht worden, was ihr von mir kennt. Und alle Produktionen, die ich mit Kindern gemacht habe, sind dort einstudiert worden, seit Radio Lollipop. Vorher hatten wir das Haus noch nicht. Aber 1981 haben wir angefangen, mit den Kindern dort zu singen. Wie schön, dass ihr alles erhalten habt. Dass nie was weggekommen ist. Super. Von dem Haus, nein. Ja, von allem so, dass alles da ist. Bisher ist alles unbeschadet geblieben. Ich glaube, wir müssen weitermachen mit dem nächsten Gast in unserer Show. Ja. Wer kommt denn? Es kommen noch unfassbar viele. Wir haben ganz viele Überraschungsgäste noch für unsere Weihnachtssendung. Aber am Ende würde mich vielleicht noch ganz kurz interessieren, was sind deine Wünsche fürs nächste Jahr? Ja, also, meine Mama hat sich immer gewünscht, dass wir alle ganz lieb und brav sind. So, diese Wünsche, die gibt es nun mal bei Erwachsenen. Also in diesem Jahr wünsche ich mir sehr, dass das, was in dieser Gesellschaft jetzt so schwierig geworden ist, dass wir eins sind, dass wir aufeinander zugehen, dass wir Verständnis füreinander haben, auch wenn wir wirklich nicht immer derselben Meinung sind, dass das besser wird. Denn wir sind da auf einem, glaube ich, ganz gefährlichen Weg im Moment. Natürlich möchte ich auch, dass wir gesund bleiben oder gesund werden und dass uns diese Pandemie wirklich nicht noch weiter runterbringt. Aber ganz persönlich, ganz privat, ich werde ja nächstes Jahr 75, wünsche ich mir, dass ich das ganz gesund erlebe und dass ich dann mit meinem Buch ein bisschen durchs Land reisen kann, Erinnerungen wieder auffrischen kann und vielleicht auch Wehtgefährten wieder treffe und vielleicht ja auch euch beide. Ganz sicher, wir werden dich einladen. Kommst du dann mit deinem Buch? Das würde ich machen. Also eines soll ich, vielleicht drucken die ja sogar zwei. Und Wein steht für dich parat. Wir freuen uns auf dich. Wunderbar. Danke. Danke euch beiden. Ich wünsche euch eine wirklich erfüllte Weihnachtszeit. Vielen Dank. Und vielleicht auch mal ein bisschen Besinnlichkeit. Frohe Weihnachten, lieber Rolf. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Gott, Rolf Zuckowski. Ach, war das schön. Das war wunderschön. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen mal einen Namensvetter nochmal zu treffen. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ihn ja bewusst auf sein absolutes Lieblingslied angesprochen, weil ich wusste, dass er die Weihnachtsbäckerei nochmal macht. Und das persönlich war mir ziemlich wichtig. Ja, der hat auch direkt angefangen zu singen, als er das gefragt hat. Ich wusste gar nicht, auf was du hinaus willst. Und ich dachte schon so, ah, können wir ihn auf die Weihnachtsbäckerei ansprechen? Weil das machen ja immer alle, singen die Weihnachtsbäckerei. Und dann hat er einfach das gesungen. Ich habe mich sehr gefreut. Schon mal ein kleines Highlight. Apropos, wir haben ja wieder tolle Weine kredenzt bekommen. Es wird Zeit. Es wird so langsamer Zeit. Lass uns das so aufteilen. Du erzählst was über den Wein und ich versuche den irgendwie aufzukriegen. Also was haben wir denn hier Schönes? Also es ist was sehr Besonderes, hat das Deutsche Weininstitut für Weihnachten auch ausgesucht. Ihr Lieben, für euer Christmas Spezial haben wir folgenden Wein ausgesucht. Rotwein und deutsche Weine ist ja immer so ein bisschen eine Sache. Wir haben ja Nico Santos das Jahr über schon verführt zum deutschen Rotwein. Der war richtig begeistert. Und so geht es vielen, die deutsche Rotweine entdecken mittlerweile. Ja, können wir locker mithalten. Mach das mal. Okay, wir machen es, wir teilen es anders auf. Rolf sagt, was für Weine wir haben und ich mache die Flasche auf. Also. Wer zu denen? Wir, ich mache, wir machen das, ich mache, ich mache alles. Ich mache alles. Ich erzähle und halt, genau. Ich erzähle und mache die Flasche auf. Also, wir sind beim Weingut, ich mache das hier so, Mussla angekommen. Das ist ein wunderbares Weingut. Das macht, also wenn man die Flasche schon sieht, hat man so, sagt man, boah, das ist ein richtig guter Rotwein. Nein, es ist perfekt für Festtafel oder einfach für, ja, vorm Weihnachtsbaum, so wie wir hier sitzen. Und ich mache, ich bin eine Frau, die nichts gleichzeitig kann. Also, gar nichts gleichzeitig. Und du sagst ja auch immer, es kann niemand was gleichzeitig machen. Das ist eine Lüge, oder? Weder Frau noch Mann. Äußer dich mal bitte. Das stimmt allerdings, Multitasking ist nicht das Einfachste, aber ich finde, du machst das wieder großartig, dass du hier den Wein nochmal gerettet hast. Also, jetzt so, das hier ist, also, ein kräftiger Merlot aus der Pfalz. Ein kräftiger Merlot aus der Pfalz. Genau, also passt extrem gut zu Weihnachtsmenüs oder eben auch. Ich versuche das hier zu ordnen. Alles gut, ja, weiter. Okay. Kriegst du das hin? Kriegst du das auf? Geht das? Moment. Herzlich willkommen beim Liedergut Weihnachtsspezial. Wir verzweifeln an der Rotweinflasche. Nein, 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 nein. Ah, da war der Sound. So, und jetzt kommst du. Oh, der riecht wirklich sehr, sehr schön. Also, vielen Dank fürs Flascheöffnen, Audrey, das ist großartig. Vielen Dank, liebes Deutsche Weininstitut, für diesen wunderschönen Weihnachtswein. Ich gebe dann auch mal, ich schenke dann auch mal ein. Schenk doch mal ein. Das ist toll, Moment. Ach, das klingt aber auch schon so schön, ne? Ganz toll, ich freue mich jetzt auf den Rotwein. Normalerweise machen wir das ja immer hinter den Kulissen, also wenn sozusagen die Aufzeichnung schon vorbei ist. Oder mit den Künstlern zusammen. Oder mit den Künstlern zusammen, das stimmt. Ja. So, also probieren wir das Ganze jetzt. Ich gebe dir noch mal dein Mikrofon. Ja, warte ganz kurz. Mhm. So. Herzlich willkommen zum Weihnachtsspezial mit Liedergut. Heute ganz besonders mit meinem Regierolf. Und mir frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Muss man da schlürfen? Muss man da schlürfen dann eigentlich? Ich weiß das gar nicht, wie das bei Rotwein ist. Oh mein Gott. Der ist sehr lecker. Wir verabschieden uns auch an dieser Stelle. Wir haben doch noch ganz viele andere Gäste. Und der nächste Gast kommt gleich. Das schmeckt wie, als wäre Schokolade drin. Ah, fein. Sehr lecker. Du trinkst ziemlich laut. Macht man das nicht so beim Wein? Man trinkt auch laut beim Wein, oder? Man macht das doch so. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch kein Weinkenner, aber er ist sehr lecker. Nächster Gast jetzt. Ach so. Unser nächster Künstler ist auch schon da. Richtig. Wir schalten nach Hamburg zu Nico Suave. Yay. Hello. Na, ihr zwei? Ey, mein Lieber, komm schnell und trink ein Glas mit uns. Ja, ich bin richtig neidisch, ehrlich gesagt. Krass. Sag mal, ganz kurz. Ich kann mich noch das letzte Mal daran erinnern. Das war die Hamburger Runde. Ja. Und da hattest du auch einen leckeren Weißwein, glaube ich. Ja. Zwei, drei, vier sogar, habe ich gesehen, oder? Bestimmt, wenn nicht sogar fünf, sechs, oder? Ja, hey, es war halt eine echte Hamburger Runde. Was erwartest du? Die Hamburger haben es drauf. Es war super. Ich denke, ihr habt so guten Wein am Start, deswegen, was soll ich sagen? Eben. Stimmt. Und Nico, weißt du noch, der Wein, das war so lustig, wenn wir so schon am Ende des Jahres sind, kann man ja auch mal ein kleines bisschen zurückblicken. Denn wir hatten mehrere schöne Erlebnisse gehabt mit dem lieben Nico Suave. Wir hatten dich im Interview mit Johannes Oerding zusammen, mit eurer Szene. Und Gedankenmillionäre war das, ne? Exakt. Genau. Und da haben wir auch einen deutschen Wein rausgeschickt. Ich glaube, einen ganz geilen Rosé. Und Nico hat das Paket bekommen. Und Johannes Oerding, noch nicht, das war zwar da, aber das ist irgendwie noch nicht abgeholt oder ihm wurde es nicht gebracht. Und so haben Nico und ich die ganze Zeit den Wein getrunken. Und Johannes musste einfach zugucken. Das war so bitter für ihn, weil Johannes ist doch unser Wein. Ja, voll. Und das war irgendwie mittags oder so. Und ich war eigentlich hier im Studio, um uns zu ackern. Und ich war relativ schnell blau während des Interviews, weil ich jedes Mal nachgekippt habe. Das war echt gut. Das war sehr gut. Auf uns ist Verlass. Auf uns ist Verlass. Ja. Wie feierst du denn Weihnachten dieses Jahr? Gute Frage. Also ehrlich gesagt ist das immer so ein Thema, was ich so vor mir herschiebe. Also ich werde dann immer gefragt von allen. Ey, sag mal, wie machen wir das dieses Jahr? Mein Bruder, so mit meiner Family, meine Mom. Und meistens schon so Mitte Dezember. Also ich habe jetzt quasi noch ein paar Tage Zeit, um da Entscheidungen zu treffen. Aber ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wir bei uns feiern. Das heißt, meine Family, mein Bruder kommt vorbei, meine Mom. Fast nie jedes Jahr, würde ich sagen. Der liebe Nico hat jetzt zu Ende. Auf den Spanien zusammenkommen und ein bisschen Wein trinken. Ein bisschen eine gute Zeit haben. Man sieht sich halt auch nicht mehr so häufig. Insofern ist es auf jeden Fall ein cooler Event. Na schön. Und macht ihr auch für den Kleinen so richtig Weihnachten? Also ist da viele Geschenke? Und wie ist das denn? Ja, also es wird auf jeden Fall ausgiebig zelebriert, das ganze Ding. Ich gehe da meistens mit den Kleinen dann auch nochmal raus. Und Nima macht dann in der Zeit irgendwie alles ready. Und versuchen da irgendwie schon so eine kleine Geschichte auch irgendwie aufrecht zu erhalten, dass die Kleinen halt auch wirklich noch an den Weihnachtsmann glauben. Also ich frage mich wirklich bei der Großen, wie lange sie das noch macht. Wie die alt ist die Große? Die ist siebig. Und die wird es dann natürlich sofort der Kleinen stecken. Aber da hatte ich letztes Jahr ein ganz geiles, wirklich ein ganz cooles Erlebnis mit meiner Tochter. Weil dann kam sie total sauer aus der Schule nach Hause und meinte so, hey, du glaubst es nicht. Der Jakob aus meiner Klasse hat gesagt, den Weihnachtsmann, den gibt es gar nicht. Und dann haben wir uns gestritten, weil ich meinte, das stimmt nicht, den gibt es. Das war echt ganz cool so. Also solange das noch aufrechterhalten bleiben kann, ist das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Ansonsten, klar, es gibt viele Geschenke, aber wir versuchen es uns da irgendwie im Rahmen zu halten, auf jeden Fall nicht zu übertreiben. Welche Geschenke gibt es denn eigentlich in diesem Jahr? Magst du es uns verraten? Ich weiß auf jeden Fall, dass es für die Große, für Ava, gibt es auf jeden Fall so einen Zauberkasten, weil sie will unbedingt zaubern. Und die Kleine, Noe, sie ist vier. Sie ist halt totaler, wie heißt es nochmal, LOL? Kennt ihr diese Puppen? LOL? Ich glaube nicht, LOL. Ich weiß nicht ganz genau. Die kriegt auf jeden Fall ein, zwei Puppen so. Und das Ganze drumherum. Sie ist totaler Puppen-Fan. Die Große hat noch nie mit Puppen wirklich gespielt. Dann kannst du, musst du mit mehr Action kommen, ja. Was wünschst du dir? Was ich mir wünsche? Oha. Gute Frage. Also frag ich denn eine Frau auch? Ich bin ja mehr so der Grinch eigentlich, ehrlich gesagt. So, darauf habe ich nämlich gewartet. Genau das dachte ich mir nämlich, dass der Nico, der Richter, er ist der Grinch. Nach seinem Vorbild wurde dieses Vieh irgendwie benannt. Aber hör mal, Nico, jetzt mal im Ernst. Du hast jetzt auch zwei Kinder und dieser Zauber von Weihnachten und so. Du ziehst es ja hart durch. Aber deine Frau weiß ja, wie du wirklich bist. Sagt sie dann, oh Schatz, was wünschst du dir oder so? Und dann weiß sie, oh komm, hat eh keinen Zweck mit dir. Ja, nee, also tatsächlich ganz unspektakulär haben wir uns irgendwann mehr oder weniger von so Geschenken verabschiedet und wir uns dann wirklich auf die Kinder konzentriert. Also das Hauptding ist eigentlich, dass man zusammenkommt, dass man eine gute Zeit hat. Also für die Kinder halten wir das halt echt aufrecht und lassen die quasi eine gute und schöne Weihnachtszeit haben. Aber wir sind da ganz entspannt. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mir wirklich wünschen würde. Ich weiß es nicht. Gesundheit wahrscheinlich. Aber wenn du so einen Wunsch bist, hast du... Und zum Wein! Natürlich, Wein! Leute, das ist der Wunsch der Stunde. Gesundheit und Wein. Aber wenn du so ein Cringe bist, sag mal, gibt es einen Weihnachtssong, den du feierst? Einen Weihnachtssong, den ich feiere? Diese Welt braucht Liebe! Ja, tatsächlich den, ja? Den feiere ich sehr. Der passt gut in die Zeit, ohne dass er jetzt so für Weihnachten geschrieben wurde. Aber der passt gut in die Zeit. Für mich ist das der Weihnachtssong 2021, muss ich wirklich sagen. Als er rauskam, also wirklich, du weißt, wir haben dich auch supportet und haben das richtig gefeiert oder feiern das immer noch. Dieser Song von dir. Wie hast du es geschafft, die ganzen Künstler zusammenzukriegen? Und das hat nach sehr viel, das riecht nach sehr viel Kraft, die du da investiert hast. Ja, also Tisi und ich haben das zusammen gemacht und das war wirklich krass. Krass, weil wir haben den Song, glaube ich, wir haben den ja freitags veröffentlicht. An dem Samstag haben wir die Akustikversion aufgenommen, weil wir unbedingt so eine Akustikversion machen wollten. Und saßen halt im Studio und dachten so, ey, wie geil das wäre, wenn wir Freunde und Artists, die wir feiern, fragen, ob sie mit auf den Song kommen. Und dann haben wir uns so angeguckt und dann ging es eigentlich direkt los. Jeder hat sein Handy rausgenommen und hat so zwei, drei Leuten irgendwie direkt geschrieben. Und dann haben auch ein paar direkt geantwortet. Mein Name ist uns safe dabei. Bei einigen war es ein bisschen schwieriger. Aber das war schon auf jeden Fall ein Akt, die alle zusammenzubringen. Und natürlich, wenn dann die ersten Leute, sag ich mal, haben ihre Parts geschickt und man hat es dem Label gezeigt, dann auf einmal entsteht so eine Drucksituation. Ja, komm, dann wollen wir das releasen, etc. Das war schon stressig, also Tivi, der es auch produziert hat, der hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Stress gehabt als ich. Aber beim Ben Zucker war es zum Beispiel total geil, weil der hatte extrem Bock drauf. Dann hieß es aber, okay, wir kriegen das irgendwie in mein Timing nicht mit rein. Ich habe mit dem Label gesprochen, mit dem Management und alle waren sich jetzt einig zu sagen, ey, das passt einfach gerade zeitlich nicht. Und das war sehr schade. Und ein paar Tage später klingelt dann mein Telefon und er so, ey, ich habe nochmal mit allen gesprochen. Ich will unbedingt dabei sein. Was muss ich tun? Wann muss ich wo sein? Und dann war er direkt am nächsten Tag im Studio. Also das ist schon geil. Und wir haben es ja jetzt auch schon mal einmal auf die Bühne gebracht. Zwar nicht mit allen, aber das ist schon special. Und jetzt Brandenburger Tor spielen wir nochmal zusammen. Den Song. Also das ist immer eigentlich das beste Highlight, das Ding auf die Bühne zu bringen. Das heißt, ihr spielt an Silvester? Genau, ja. Ich habe ja gesagt, das ist der Weihnachts-Song sozusagen. Also der Jahres-End-Song. Fantastisch. Das heißt, gut, deine Silvester-Party ist gerettet. Ja, die ist gerettet. Und klar, ich habe mich kurz so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, okay, wir werden da auf jeden Fall wahrscheinlich das krasseste Feuerwerk in ganz Deutschland sehen. Wir gehen direkt vor unserer Nase und alle anderen halt leider nicht. Aber wir feiern für alle, sag ich mal, uns an dem Abend. Also wir sind auf jeden Fall dabei. Wer ist denn? Also wir sind, wir schalten ein und gucken dir zu. Ja, gerne. Wen hast du denn mitgenommen? Also ans Brandenburger Tor, wer kommt denn mit euch? Auf die Bühne? Tisi auf jeden Fall. Okay, aber einen Namen gibst du mir. Ja, Tisi. Ja, ihr zwei habt den Sonja gemacht. Ihr und einen Namen kriege ich. Welchen gebe ich dir noch? Denk an den beiden, den du willst. Okay, Seven ist auch dabei. Oh, wie schön. Mit Seven haben wir, du siehst ja, die Welt ist so klein, mit Seven haben wir so eine Charity-Nummer auch gemacht. Wir haben beim Herzball in Mainz gedreht mit ihm. Und der war mit der Cassandra Steen zusammen auf der Bühne. Das war auch wunderschön. Ach, mega, ja. Nächstes Jahr musst du rumkommen. Und bei Seven muss ich ganz ehrlich sagen, er ist immer der Erste gewesen, wenn es darum ging, ey, wir brauchen deinen Part, ey, wir brauchen jetzt nochmal kurz was für die Socials, etc. Der ist immer am Start, er ist richtig, richtig ein Homie-Homie. Ich bin Seven-Fan. Auch ein ganz, ich habe mit ihm dann auch ein bisschen diesen Herzabend da verbringen können und konnte auch ein bisschen mit ihm sprechen. Ein sehr feiner, toller Typ. Ja, lustig auch vor allem, glaubt man gar nicht. Aber er ist extrem funny auf jeden Fall. Ja, ja, total. Also, Audrey ist verliebt in Seven, das kann man vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen. Verliebt? Nein, musikalisch verliebt. Ja, menschlich. Menschlich und musikalisch verliebt. Menschlich verliebt. Und um das auch nochmal zu sagen, wir reden hier von dieser Silvester-Gala, von der Großen, die dann im ZDF wahrscheinlich übertragen wird. Sieh mich sicher sogar. Achso, kann ich da noch einen Aufruf? Achso, kurze Frage. Es gibt nämlich so einen kleinen Aufruf. Ich weiß nicht, wann eure Sendung jetzt ausgestrahlt wird, aber... In der Weihnachtswoche. Ja. Perfekt. Das heißt, hiermit kommt ein offizieller Aufruf an alle, auch an euch. Wer möchte, kann sich selber filmen, wie er den Song singt, wie er den Song feiert, wie er dazu tanzt und das Video an folgende Adresse schicken. Teamliebe at silvester-in-berlin.de und mit viel Glück landet er nämlich hinter uns an so einer 30 Meter langen LED-Wand und kann mit uns quasi auf der Bühne stehen. Okay, Nico, wir wollen safe dabei sein, ne? Safe! Dann will ich euer Video sehen. Okay, ist das okay, wenn wir das von hier aus machen? Ihr könnt das, genau, ihr könnt es drehen und dann schickst du es mir. Okay, mach es. Das wäre doch geil. Ja, machen wir auch. Machen wir direkt danach. Also, um das nochmal zu sagen, also man muss das Video aufnehmen, dann sozusagen lip-synken dazu, wie man so schön sagt, ne? Und dann projiziert ihr das hinten auf die Wand, während ihr auf dieser großen Silvester-Gala da auf der Bühne steht. Besser hätte ich es nicht erklären können, ja. Mega! Ich hätte es auch nicht besser erklären können. Dankeschön. Aber ich habe es verstanden, das ist toll. Ach, guck mal, da können wir ja unseren Mamas sagen, wir sind mit dem Nico Suave. In Berlin, am Brandenburger Tor. Auf der Bühne. Guck mal, auf der Bühne. Ich muss immer dazu sagen, dass wir schon selecten. Das heißt, da werden wahrscheinlich viele Videos kommen. Das heißt, gebt euch mir. Was erwartest du denn ganz genau? Hast du irgendwelche besonderen Vorstellungen? Nee, feel free. Macht mal. Wir versuchen es. Okay, dann ist die Challenge zum neuen Jahr, auf die ZDF-Sylvester-Weihnachtsbühne zu kommen. Silvester. Ja, Silvester. Silvester-Bühne, okay. Okay. Ja. Ich freue mich noch. Yeah. Wir versuchen das Ganze. Also wir gucken, dass wir das irgendwie kreativ hinbekommen. Geil. Was hast du eigentlich noch irgendwie, wenn wir gerade beim Thema Silvester sind, was ist so dein Plan fürs nächste Jahr? Oha. Also ehrlich gesagt, ich möchte eigentlich so viel Gas geben auf allen Ebenen, wie es nur geht. Nächstes Jahr, ich glaube noch mal mehr als dieses Jahr. Also es war ja so, dass ich die letzten Jahre viel für andere Künstler geschrieben habe und viel das von zu Hause aus gemacht habe. Jetzt habe ich mich voll in den Albummodus gestürzt, habe das Album gemacht. Und mein größter Wunsch ist natürlich, dass ich es nächstes Jahr auf die Bühne bringen kann. Und ich werde auf jeden Fall das Album als Basis nutzen, um halt wirklich so viel Musik zu produzieren und zu veröffentlichen, wie ich nur kann, nächstes Jahr. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ansonsten mich vielleicht auch mal ein bisschen umschauen, was kann man noch für Dinge machen. Ich glaube, dass gerade eine ganz gute Zeit ist, sich nicht nur aufs Leitgeschäft zu verlassen, sondern zu gucken, wo hast du noch so deine Talente, was kannst du noch machen. Und ja, also da gibt es eine Menge Ideen und die werde ich unbedingt nächstes Jahr angehen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Vorsätze gehabt wie dieses Jahr. Leider habe ich immer das Problem, dass die Vorsätze gleich schon brechen nach der ersten Woche. Aber nee, ich bin da sehr... Aber das ist ja eher so ein Milestone-Plan für 2022. Und deswegen, das klingt gut. Ja, safe, safe, ja. Auf jeden Fall. Also das habe ich mir fest vorgenommen. Und eine eigene Tour möchte ich gerne fahren nächstes Jahr. Ja, all solche Dinge. Und euch mal besuchen, mal endlich bei euch in den Sender kommen. Nico, das schaffen wir. Wirklich. Der Wein steht kalt für dich. Und bereit, ja. Mehrere Flaschen auch, vorausgesetzt, es soll nötig sein. Nicht, dass die Zuschauer denken, ich wäre ein Alkoholiker. Aber ich trinke das halt gerne mit euch. Ich trinke das nie, nur mit euch. Es geht um Genuss. So wie man mal deine Songs hört. Es geht um Genuss. Es geht um Gefühl und Genuss. Und ja, deswegen freuen wir uns sehr für dich. Und wünschen dir ganz viel Spaß auf der Silvester-Party am Pratt-Mogator. So, glaube ich, zusammen, hoffentlich. Hoffentlich sind wir gut genug, dass wir es in deinem Video schaffen. Und ja, alles, alles Liebe fürs nächste Jahr. Und wir sehen uns. Bis bald. Macht's gut, ja. Bis bald, Nico. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Hier ist das Weihnachtsspezial von Liedergut, Music Made in Germany. Ein bisschen anders als sonst. Audrey hat mich eingeladen, in der Show zu sein. Vielen, vielen Dank nochmal. Normalerweise bin ich ja derjenige, der im Hintergrund agiert. Die Künstler hören und sehen ihn natürlich immer. Ja, das stimmt. Weil ohne ihn nicht mal eine Scheite funktionieren würde. Er produziert die Show und ist, ja, Herz und Kopf dahinter. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass wir die Weihnachtsshow heute mal zusammen machen. Sehr, sehr schön. Und Nico Suave hatten wir gerade in der Sendung. Das war auch sehr nett. Ja, der uns live zugeschaltet war aus Hamburg. Fand ich auch super nett. Ich wollte jetzt nicht so viel, also ich will ihn da jetzt nicht irgendwie als den großen Weintrinker hinstellen und so. Ich kenne nur auch das Rohmaterial natürlich aus den ganzen Aufnahmen. Er ist aber ein großer Weintrinker. Und weiß, dass er großer Weintrinker ist. Wir sind auch große Weinfans. Und deswegen kann man das auch sagen. Genießer. Ihm geht es um den Genuss. Ihm geht es um den Genuss. Und deswegen macht es auch Spaß. Ich habe jetzt schon getrunken. Es tut mir leid. Soll ich jetzt nochmal? Alles gut. Okay. Nochmal. Und in die Augen gucken. Ja. Ja, es ist Weihnachten. Wir haben einen tollen Rotwein. Wir haben tolle Gäste. Wir haben Geschenke. Wir haben einen Kuchen gemacht bekommen. Wir haben Deko. Mein Rolf ist da, ausnahmsweise. Der Produzent der Show. Und ja, wir machen das heute alles zusammen. Hier ist es wunderbar. Für mich ist das natürlich ein Traum. Denn, genau, mit diesem... Du kannst ruhig trinken. Okay. Trink doch ruhig. Denn mit diesem Mann arbeite ich jetzt seit... Okay, wir kennen es seit 20 Jahren. Wir kennen es wirklich sehr lange. Ja, da wollte ich anschließen an dieser Stelle. Vielleicht trinkst du jetzt mal ein kleines Schlückchen. Denn man muss ja dazu sagen... Also erstens, wir kennen uns schon lange. Und zweitens, ich habe dich ja zu einer Zeit kennengelernt. Wir sind ja hier beim Weihnachtsspezial. Es geht viel um Weihnachtslieder. Und ich habe dich ja zu einer Zeit kennengelernt, als du gerade deinen Weihnachtssong draußen hattest. Ja. Muss man ja auch mal sagen. It's December von Audrey Hanna. And I'll Be Missing You. And I'll Be Missing You. It's December, and I'll Be Missing You. Christmastime, come and make my dreams come true. Großer Song. Läuft ja bis heute noch im Radio. Die Nummer ist ja... Wir haben ja ganz viele Specials auch schon gemacht, wo du alleine warst. Und du hast immer so ein bisschen gesagt, du möchtest auch nicht alleine darüber sprechen. Deshalb dachte ich mir so, ich interview dich doch jetzt einfach mal, wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, hier in diesem Weihnachtsspezial. Liebe Audrey, wie kamst du eigentlich auf die Idee, diesen Weihnachtssong zu machen? Ich war super jung, 17, und hatte einen Bekannten, der in Braunschweig unterwegs war und mit vielen Produzenten da abgehangen hat. Und mir gesagt hat, ich war damals, ja, hab einen Chor gesungen, so Musical-Kram gemacht, im Theater, Ballett und so. Das war so meine Welt damals. Und der hat gesagt, der hat mich angerufen, hat gesagt, hör mal, du singst doch irgendwie und machst doch da dein Kram. Wir brauchen hier jemanden für ein Weihnachtslied. Komm mal rum und sing das ein. Genau. Und dann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Braunschweig gefahren und habe das so zur Probe eingesungen. Du hast gerade gesagt zur Probe, das heißt, es war eigentlich gar nicht klar, dass das hier veröffentlicht werden soll. Ja, oder dass ich das auch machen darf. Das war auch nicht klar. Und ich habe einfach da vorgesungen, hatte so ein paar Fotos noch. Das war recht spät schon für einen Weihnachtssong in dem Jahr, als ich vorgesungen habe. Das war Sommer, also sagen wir mal August. Und da sollte ich ein Weihnachtsbild von mir mitbringen. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann bin ich mit einem Freund, der Fotograf ist, bin ich dann in den Wald, ich weiß gar nicht warum, und habe so mir so eine Weihnachtsmütze aufgezogen. Wir haben einfach so ein paar Pseudo-Weihnachtsbilder gemacht. Die habe ich dann mitgenommen. Und dann wurde das Ding veröffentlicht und wurde auf einmal zum riesen großen Hit. Das war ein Selbstläufer einfach so. Das ist einfach so passiert. Dieser Song ist wirklich zauberhaft, muss ich sagen. Und ich habe den eingesungen, wir haben noch ein bisschen am Text was verändert. Der war eigentlich auf Deutsch und auch Englisch und so. Und da habe ich auch meinen Papa noch gefragt. Der ist ja Kanadier. Da hat er noch am Text irgendwie noch das ordentlich gemacht. Das war wirklich so eine Zeit, wo auch alles möglich war und auch gar nicht so festgelegt war. Und dann haben wir das Plattenfilm vorgelegt und dann haben, glaube ich, sechs Plattenfirmen gesagt, okay, wir machen das auf jeden Fall. Gerne nächstes Jahr. Und eine Plattenfirma, das war Edel in Hamburg, Hamburg, die haben gesagt, ja, dieses Jahr noch. Das ist irgendwie so toll. Und dann habe ich schon drei Wochen später im Flieger nach Lappland gesessen, um das Video zu drehen. Und das ging dann auch recht schnell und du warst noch verdammt jung. Ja, genau. Und dann bist du bei Top of the Pops, bei The Dome und keine Ahnung, wo überall aufgetreten. Ja, das war so die Zeit damals. Hast du das überhaupt gecheckt, was damals mit dir passiert ist? Man ist, wenn man so auf einmal da so schnell reinkommt, ist man so ganz fokussiert und kann das auch überhaupt nicht genießen oder feiern oder irgendwas. Ich weiß noch, da war dann Heiligabend, da war ich dann zu Hause. Ich bin noch am 23. oder 24. von irgendwo, von Dresden oder so nach Hause. Ich war auf jedem Weihnachtsmarkt. Ich war alles, ich war, glaube ich, keine Nacht zu Hause und war dann an Heiligabend, aber zu Hause in diesem Jahr und dann lief auch überall im Fernsehen und Ding, diese Weihnachtssong, da hat meine Mama, glaube ich, gesagt oder mein Dächt, ich weiß gar nicht, oh, mach mal aus jetzt. Das war ich doch ganz genau und Weihnachten war alles, aber man war natürlich auch aufgedreht und total im, ne, man hat sich ja wahrscheinlich auch blöd verheilt oder man war total im Hype. Dann habe ich gesagt, jetzt mach doch mal aus. Kann er, kann er nicht mehr hören. Ja, das war meine Weihnachtserinnerung zu diesem Song. Was passiert heute mit dir, wenn du den Song hörst? Ich freue mich. Also, als ich mich mit Jasmin Wagner unterhalten habe, bei unserem Hamburger Spezial, die gesagt hat, sie konnte jahrelang gar nicht angesprochen werden und Ding da drauf, konnte ich das tatsächlich nachvollziehen. Es waren ein paar Jahre, da wollte ich davon nichts wissen. Es war mir auch super unangenehm, das weißt du ja, weil auch jeder, du kommst irgendwo rein und jeder, hör es Weihnachten und so, weißt du, du machst ja, oder auf jeder Weihnachtsparty, sing mal und so und mittlerweile, so seit drei, vier, fünf Jahren freue ich mich sehr. Auch ganz liebe Grüße an, egal ob das öffentlich-rechtliche Kollegen oder egal wer ist hier an dieser Stelle, ich darf jedes Jahr noch Interviews führen, da rufen dann liebe Kollegen an, dann spielt sowas gar keine Rolle mehr, Rivalitäten von Sendern oder irgendwas, das liebe ich so sehr, dass dann einfach mal, keine Ahnung, liebe Kollegen vom HR anrufen oder so und sagen, komm, sprich mal gerade schnell was ein und so. Und das finde ich, es macht auch diesen Song so ein bisschen besonders, weil der für jeden was anderes bedeutet. Ich weiß, dass du den auch ganz, ganz doll magst. Das Witzige ist ja, als wir uns kennengelernt haben, ich wusste ja zuerst gar nicht, dass du das bist, als ich das das erste Mal gehört habe. Wir haben ja zusammengearbeitet bei einem anderen Radiosender und dann hat mir irgendwer gesagt, das hat die Audrey gemacht und ich so, hä, wie? Und dann habe ich dich damals darauf angesprochen und es war für dich so ein bisschen, ja, also so richtig angenehm war es zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil das war ziemlich am Anfang und es ist nicht berührt, das ist, glaube ich, das falsche Wort dafür, aber du bist auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht damit klargekommen, dass das jetzt auf einmal so ein Riesending ist. Und für die Leute ist es ja auch schwierig, du hast es eben gesagt, Rolf und ich kommen auch vom öffentlich-rechtlichen Radio, schön aus der Brücken, liebe Grüße an unsere Kollegen von damals. Das ist, das war einfach eine ganz besondere Zeit, auf einmal machte ich das und ich habe es niemandem verraten, das heißt, auf dem Cover konnte man mich auch eigentlich gar nicht so erkennen und ich habe es einfach geheim gehalten, ich habe es niemandem gesagt und erst als man irgendwie mal, ich glaube, Sat.1 Frühstücksfernsehen oder so hat dann, hat dann bei, kann ich ja sagen, bei Unser Ding damals gedreht und dann ist es aufge, da bin ich aufgeflogen. Dann waren alle schon schockiert auch. Du hast danach ja auch noch einen Song rausgebracht, Liquid Touch. Ja, da ging es heiß her. Sehr hörenswert, sehr hörenswert, muss man als Stelle auch mal sagen. Eher sehenswert. Ja, sehenswert auch. Du bist halbnackig im Video. Da muss ich noch mal ganz kurz ein Glückchen nehmen an der Stelle. Also, du bist halbnackig auf jeden Fall im Video. Wie hast du das gedreht? Wo war das? Das war in Berlin. Das wurde in Berlin, das Liquid Touch, der Name sagt, es war viel Wasser mit im Spiel. Ja. Und, ja, das hief damals auch, kennst du noch Deluxe Music? Das hief heute noch. Ja, aber damals war das irgendwie das Ding und das hief rauf runter. Ja, das war eine ganz tolle Produktion auch von einem Produzenten aus London. Der Produzent von Sophie Alice Baxter hat den Song gemacht. Ach, jetzt hör auf. Wirklich. Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter. Ja, genau die und Song und so. Aber ich muss sagen, und Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen das auch. Ich habe das super gerne gemacht und wenn wir irgendwann den Song nochmal machen, es fragen ja immer mal ein paar und ich finde, es ist auch nochmal Zeit, den Song vielleicht irgendwann neu rauszubringen in diese Zeit jetzt. Weil viele den lieben, vielleicht machen wir es irgendwann mal. Aber ich alleine gehöre hier hin. Also, ich war immer neidisch, weiß noch, bei Top of the Pops, ich bin fast wahnsinnig geworden, und die Anmoderation war damals, hier ist Berlin, hier ist die Nummer 1, hier ist Top of the Pops. Und der Moderator, der das gemacht hat, ich dachte mir so, oh Gott, würde ich da gerne stehen und jetzt muss ich singen. Das war ich doch ganz genau und das war so oft so, bei jedem Radiointerview oder so, habe ich mal gedacht, ich gehöre auf die andere Seite und dann soll man auch dahin gehen, wo man irgendwie hingehört. Aber zum Spaß würde ich es immer wieder machen. Wie ist, also ist das jetzt eigentlich dein Traum, wenn du in deiner Sendung die ganze Musikszene interviewen kannst, das ist ja eigentlich das, was du immer wolltest. Dass ich fühle mich angekommen, das ist so mein Ding, weil es sind, die Musikszene ist sehr klein und man kennt sich irgendwie auch noch und viele, wir kennen uns und das sind gefühlt irgendwie wie Kolleginnen und Kollegen von mir, das ist sehr schön, ja. Die Geschichte hinter It's December and I'll Be Missing You von Audrey Hanna. Es war mir ein Fest, ich finde, wir sollten auf diesen Weihnachtshit auch noch mal anstoßen. Den spielen wir auch, oder? Ja, natürlich spielen wir den. Ich kann den auch noch auswendig. It's December and I'll Be Missing You Christmas Time. Es ist Weihnachten und zu Weihnachten gehört ein tolles Essen. Gute, gute Leute, seine Herzensmenschen gehören einfach dazu. Ja, lecker, lecker Sweets haben wir. Unser lieber Musikredakteur Tom Kredl hat uns den Kuchen gebacken. Das ist natürlich auch ein Hit. Finde ich auch toll und wir haben ganz viele Gäste und die nächsten Gäste kommen schon jetzt um die Ecke. Oh, es klingelt an der digitalen Tür. Jetzt ist Caro bei uns in der Show von Glaspernspiel. Hallo. Hi, bei euch sieht es so schön weihnachtlich aus. Bei mir ist es voll schon vieler hinter. Du hast eben uns gezeigt deinen wunderschönen Weihnachtskranz. Anders kann man das gar nicht sagen. Magst du ihn uns mal zeigen? Super gerne. Sonst ist es nämlich nicht so schön weihnachtlich wie bei euch. Ich mache jetzt einfach das Interview so. Oh, wow. Okay. Bist du sehr weihnachtlich unterwegs? Wir haben nämlich vorab eine kleine Wette laufen. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. Also bist du so eine Weihnachts-Deko-Queen und liebst du Geschenke und alles drum und dran? Auf jeden Fall. Definitiv. Ich bin auch so, was Deko angeht, raste ich immer voll aus und normalerweise waren wir immer so an Weihnachten mega viel, also rund um Weihnachten voll viel unterwegs, haben irgendwie noch Konzerte gespielt und da war das dann auch so, da habe ich für mich auch immer, auch wenn es nur zwei, drei Tage waren, hört ihr mich? Ach, super. Okay. Auch wenn es nur so zwei, drei Tage waren oder so, habe ich dann so Express Christmas gemacht und gebacken, dekoriert, den Weihnachtsbaum gekauft, Punsch getrunken, alles. Ich habe immer alles, egal wie viel Zeit ich hatte, auch wenn auch nur in zwei Tagen dann nachgeholt. Also ich bin echt so, ich liebe Weihnachten. Super schön. Gibt es bei dir irgendwelche Weihnachtstraditionen, die ihr immer so standardmäßig macht? Also wie sieht so der typische 24. abends bei euch aus? Meistens halt mit Family und dann gibt es irgendwie zusammen Essen und wir wichteln immer, weil wir uns nicht irgendwie jeder für jeden tausend Geschenke kaufen will, sondern wir haben irgendwann gesagt, okay, lass einfach mal wichteln und finde ich eigentlich auch ganz cool und danach gibt es immer noch so ein Würfelspiel, wenn du dann quasi, wenn dir dein erwichtetes Geschenk nicht so gut gefällt, darfst du dann tauschen, wenn du die richtige Zahl würfelst und so und das ist immer ganz lustig. Also so verbringen wir dann meistens den 24. Und ja, ich finde es dann auch immer schön, weil wir waren ja sonst eigentlich vor Corona irgendwie auch immer mega viel unterwegs und dann war das immer ganz cool, dass man dann alle wiedersehen konnte und am 26. mache ich immer noch so einen Freunde-Café und lade meine Freundinnen ein und dann treffen wir uns auch noch mal zum Plätzchen backen und so. Voll schön. Gibt es eigentlich in irgendeiner Art und Weise irgendwie, wo ihr jetzt sagt, weil ich meine Weihnachten und Silvester, das ist sozusagen das Recap auf das, was man irgendwie so im Laufe des Jahres erlebt hat. Macht ihr das dann auch so? Ist das so die Zeit auch, wo ihr nochmal euch durch die Gedanken gehen lässt, was irgendwie in diesem Jahr so war und was ihr so hofft auch für nächstes Jahr? Nee. Doch, ich glaube, es ist ja immer so eine Zeit, wo man nochmal überlegt, aber ich finde halt immer so diese guten Vorsätze, mir geht es halt immer so, ich halte die dann nicht ein, also so mit mehr Sport, kein Zuckeressen den ganzen Januar oder so. Ich bin dann immer so, nach zwei Tagen gebe ich dann wieder auf. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich müsste man, wenn man einen Vorsatz hat, egal wann, mache ich den oder versuche ihn durchzuziehen und dann ist es auch egal, ob ich irgendwie das jetzt am 31. mache oder nicht, aber ich finde es trotzdem immer irgendwie, es ist trotzdem so ein emotionaler Moment, wenn dann so der Crowndown runtergeht. An Silvester ist man immer so, da kriege ich immer nochmal so Gänsehaut und keine Ahnung, also ich hoffe halt, also so die letzten, zumindest letztes Jahr war es ja wirklich so, da haben wir glaube ich alle das Gleiche gehofft, dass wir endlich Corona hinter uns lassen und ich denke mal, dass wir das hoffentlich dann 2022 schaffen und ich denke, das wird so der Gedanke sein, Hauptsache irgendwie alle sind gesund und ja, und Hauptsache irgendwie das normale Leben geht wieder weiter, nachdem man sich irgendwie, also ich sehne mich total nach dem normalen Leben, gerade als Künstlerin irgendwie, weil ich hatte jetzt so viel Bühnendefizit und auch allgemein so, wenn du halt in Sessions bist und mit anderen Leuten zusammen schreibst, ist es halt irgendwie, ja, man ist immer so ein bisschen gehemmt, weil man natürlich jetzt auch alle, okay, nehmen ein bisschen Auffassung, machen Tests und so weiter natürlich, aber es wäre schön, wenn alles wieder ganz normal wäre. Weihnachten ist ja immer die Zeit so ein bisschen, ja, auch zurück zu blicken, wir sitzen ja auch und tauschen uns aus, was für ein Jahr, wir hatten mit euch eine wunderschöne Live-Session, das war eines eigentlich der Highlights unseres Jahres, ihr wart im Studio, wir waren da, wir waren ganz gerührt, deine Stimme ist ja wirklich engelsgleich, ich kann es nicht anders sagen, eigentlich prädestiniert für so unteren Weihnachtsbaum ist die Karo, wirklich, so wunderschön hast du, hast du bei dieser Live-Session gesungen und da ist mir mal aufgefallen, bei euch ist ja auch ganz viel hinten dran und drum und rum, aber einfach, wenn du ganz alleine singst bei so einer Plug-Session, das war wirklich beeindruckend, das ist uns richtig in Erinnerung geblieben. Absolut, ja. Wie sieht denn das aus am Weihnachten, hast du, ich meine, du bist ja Sängerin durch und durch und auch Künstlerin, geht da was bei euch an Weihnachten, privat? Also wenn, ich sag mal so, ich feiere auch immer mit meinem Bruder zusammen am 24. und der will mich nicht mehr hören, glaube ich, der ist schon so, das war schon früher so, als Teenie bin ich immer singend durchs Haus gelaufen und wir zwei haben uns wirklich als Kinder immer so, wir haben uns eigentlich nie gut verstanden, wir waren immer ganz fies zueinander, der hat immer gesagt, sei doch endlich mal still und so und deswegen denke ich immer so, mein Bruder wäre so, oh man, schon wieder, nein, aber klar, also nee, wir in die Familie, irgendwie, wir singen halt alle zusammen und da freuen, also ich finde ich auch immer gehört so dazu bei uns, wir sind auch auf jeden Fall eine relativ musikalische Familie und wir singen alle zusammen, aber jetzt nicht so, dass ich mich dann hinstelle in meinem Engelskostüm und dann anfange, für meine Familie zu performen, ich glaube, mein Bruder würde auch direkt den Raum verlassen, aber wir singen einfach alle zusammen. Karo, Budget für Weihnachtsgeschenke, kommst du hin mit der Zeit, kommst du hin mit dem Geld, wie sieht es aus? Also ich muss es wirklich fragen, ich über und unterschätze mich jedes Jahr gleichzeitig, wie sieht es bei dir aus? Also ich finde es echt cool, dass wir in der Familie wichteln, dass halt irgendwie, dass man so ein Geschenk kaufen muss und dass dann irgendwie am Ende jeder eins hat, finde ich auch völlig in Ordnung, weil ich finde, wenn man jetzt unnötige Sachen verschenkt und jeder kriegt dann noch ein paar Socken oder irgendwas, das finde ich eigentlich relativ unnötig, es sei denn, man hat jetzt für irgendjemand so die zündende Idee und irgendwas total passendes, finde ich natürlich cool, aber wir schenken uns auch wirklich so einen Freundeskreis, zum Beispiel haben wir gesagt, dass wir dieses Jahr einfach spenden und wenn, dann halt nur so Kleinigkeiten. Ich habe gesehen hier, die Karo gestikuliert ja so wunderschön, die Nägel sind schon weihnachtlich, die sind schon ready, ne? Da kommt noch Glitzer drauf. Das sieht toll aus. Ihr seht aber auch toll aus, vor allen Dingen hier, diese Haarreifen, ich liebe die. Ja genau, also Audrey hat sich wirklich schön gemacht. Ich habe es dir versprochen, ich sage es dir, du bekommst, achso, ich muss ja hier reinsprechen, du bekommst mein Haarreif, ich schicke den direkt los, vor Weihnachten ist der noch bei dir. Mega cool, vielen Dank, super cool. Und jetzt haben wir es ja auch schon ein bisschen angesprochen, Weihnachten, das Fest der Hoffnung, wir blicken auf das nächste Jahr, es war für die Künstlerszene, waren es jetzt keine schönen zwei Jahre in der letzten Zeit, die wir hatten. Wir blicken natürlich nach vorne, mit dem, was wir jetzt auch gerade machen, mit geimpft und geboostert und allem Möglichen, was es da irgendwie gibt. Wie blickst du dann ins nächste Jahr? Also hoffst du auf die großen Konzerte oder bist du selbst noch eher so ein bisschen zurückhaltend? Nein, ich hoffe auf jeden Fall auf große Konzerte, weil es für mich als Künstlerin natürlich so, also so geht es mir, für mich ist es das Schönste an meinem Job, dass ich auf der Bühne stehen darf, dass ich für andere Menschen singen darf und das fehlt natürlich schon. Also gerade auch so dieses, dabei auch unbeschwert zu sein, fehlt. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es jetzt die Impfung gibt und ich hoffe sehr darauf, dass es einfach jetzt durchgeht, dass man wirklich wieder Konzerte im größeren Stil auch durchziehen kann und dass wir das Ganze jetzt halt in den Griff kriegen, so wie jeder andere wahrscheinlich auch hofft, dass es endlich vorbei ist und die Normalität einkehrt. Aber für Künstler ist es natürlich, also auch vor allen Dingen allen Leuten drumherum, also alle Menschen, die man jetzt nicht auf der Bühne sieht, für die ist es natürlich besonders hart und deswegen hoffe ich einfach, dass die Branche sich jetzt ganz schnell irgendwie wieder erholt und dass wir so bald wie möglich auch auf die Bühne können. Ist auch wichtig, trotzdem, obwohl man natürlich mit jeder Künstlerin, mit jedem Künstler, mit dem wir reden, reden wir auch nochmal darüber, weil es einfach, es ist sehr wichtig, einfach, ja, total, immer wieder darüber zu sprechen und es einfach, man hat es auch, man hat es auch einfach total gemerkt, dass es eine Branche ist, die es einfach besonders hart getroffen hat. Liebe Caro, wir hoffen, dass wir euch vielleicht nächstes Jahr dann hier im Wohnzimmer begrüßen dürfen und ihr vielleicht nochmal eine kleine Session für uns macht. Sein Herzenswunsch von mir. Ja, auf jeden Fall. Das war schon über digital wirklich ein absolutes, ein absoluter Ohrenschmaus, wie man so schön sagt. Ja, das war ein Highlight, wirklich, Caro. Total. und vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in unserem Liedergut-Weihnachtsspezial zu sein. Für euch natürlich immer. Danke euch. Liebe Grüße und frohe Weihnachten. Genau. Und dann, ich hab's nix zum Anstoßen. Cheers. Ich hol mir jetzt auch erstmal ein Weinchen. Gute Idee. Danke euch. Das Weihnachtsspezial heute im wirklichen Spezial, nicht nur mit mir alleine, sondern mit Produzent Rolf. Hallo. Bist du noch klar in der Birne? Ja, es ist ein sehr leckerer Rotwein, den wir hier kredenzt bekommen haben für dieses Weihnachtsspezial. Und ich muss sagen, jetzt auch Caro nochmal von Glasperlenspiel. Total toll. Also, was sie uns nochmal erzählt hat über ihre Weihnachtsgeschichten und vor allen Dingen auch, wie sie das nächste Jahr sieht, weil wir wissen ja alle, dass es für die Künstlerszene wirklich nicht einfach ist im Moment. Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen. versuchen, alles möglich zu machen, damit nochmal Tickets gekauft werden und so weiter und so fort. Ich habe sie auch wirklich, ich freue mich immer sehr, wenn ich sie sehe. Die ist auch eine richtig lustige. Also, eine super Sängerin, tolle Künstlerin, aber auch so von der Art her. Ich mag sie sehr. Fröhliche Weihnachten überall. Ist das das, was so in deinem Ohr klingt, wenn es um Weihnachten geht? Also, wenn wir über klassisch Weihnachten reden, auf jeden Fall. Dann ist es fröhliche Weihnacht überall. Ich mag den Song irgendwie. Da passt zu dir. Was ist dein Ohrwurm? Ich bin im Moment voll auf Michael Bublé. Ja, guck nicht so. Ich bin so ein bisschen jazzig drauf dieses Jahr. Über Michael Bublé? Ja. Na, interessant. Ja. Und zwar Let It Snow von Michael Bublé. Ist schön gerade. In dieser Jazz-Version. Und läuft dann auch bei euch, wenn ihr Bescherungen macht? Ja. Wie alles bei uns, ist ja alles ziemlich unkonventionell. Also, nicht so streng. Es gibt zwar so ein internes Familienprotokoll, sozusagen. Aber es ist nicht so streng. Was ist das Familienprotokoll? Wenn es zum Beispiel Reh gibt, Rehrücken an Weihnachten und so Schneebällchen, so feines Essen und auch so Wein und auch Bescherung und so. Und die letzten Jahre haben wir es tatsächlich amerikanisch durchgezogen, beziehungsweise kanadisch. Bescherung am 25. Ah, okay. Morgens. Man muss ja dazu sagen, dein Papi ist ja aus Kanada und er ist halt ja immer noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Das macht man irgendwie, hat er sich jetzt so zum, jetzt wo wir alle alt sind, hat er sich durchgesetzt. Und macht so, hier, dann macht man so die Pyjama-Nummer und dann die Geschenke auspacken morgens. Die Pyjama-Nummer? Echt? Morgens so runter? Ich meine, ich kenne das nur aus diesen klassischen amerikanischen Weihnachtsfilmen, wo dann die Kiddies irgendwie... Genau. Genau die Nummer. Die Nummer. Okay. Ja, bei uns ist es ja sehr klassisch. Also die ganz klassische Nummer, 24. Große Bescherung, ganz klar. Und da gibt es ja auch dann jetzt nichts so Großes zu essen. Da gibt es Kartoffelsalat meistens mit Würstchen. Ja. So. Und 25. Ist dann noch mal das große Essen mit drei, vier, fünf Gang Menü und allem drum und dran. Also das ist noch mal, also wir feiern mehr oder weniger klassisch. Und wann seid ihr mit der Bescherung durch? Ist das auch so durchgetaktet? Das ist, sag ich mal, ne, typisch, dann gibt es Essen, dann, dann ist Bescherung. Ja, gibt es, weil es ist auch so, dass wir waren früher mal in der Kirche. Das ist ja so eine der wenigen Daten, wo man mal in die Kirche geht. Bin ich jetzt raus? Irgendwie so. Du bist ja ausgetreten. Nein, ich bin nicht ausgetreten. Kann man ja mal fragen. Aber auch nur, weil ich den Antrag nicht ausfüllen möchte, weil mir das zu komplex ist. Anderes Thema. Aber nee, aber ich bin, deshalb bin ich bei der Kirchensummer nicht dabei, also bei dieser, wie heißt das, Christmette oder so, glaube ich. Ja, Christmette. Gut. Und dementsprechend muss das ja schon getaktet sein, weil da ist ja dann die Christmette und dann wird um 17.30 Uhr, spätestens um 18 Uhr, wird dann ein bisschen gegessen, ja, und dann setzt man sich hin und dann ist die Bescherung, ist sozusagen wie das Fondue an Silvester, das dauert ewig. Ja, dann wird die Weihnachtsgeschichte erst mal vorgelesen, dann wird auch gewürfelt, wer zuerst die Geschenke aufmachen darf und so weiter und so. Also es ist ein Riesending. Es ist ein Riesending. Okay, also es ist auch ein bisschen Geschenkedruck da. Es ist totaler Geschenk. Wenn dann alle auch gucken, was der andere kriegt und so. Absolut. Evi hat das aber auch mal gehabt, die letzten Jahre haben wir jetzt nicht mehr, glaube ich. Also ich muss mal gucken, das war die Mutti-Fragen. Das war mit Klatschen, ne? Das war so, ja, pass auf, die Michelle Hunziger hat vor ein paar Jahren mal erzählt in einem Interview. Ah, wir machen, die ist ja so lustig, ne? Und so goldig. Und der hat gemeint, ja, wir machen dann so. Und dann gibt es manchmal so Verhalten, Applaus, manchmal halt voll ein Applaus, wenn es halt voll das geile Geschenk ist und so. Und da hat meine Mom auf die Idee geguckt, ey, das können wir doch auch mal machen. Und so haben wir die letzten Jahre irgendwie da gesessen alle und haben irgendwie jedes Geschenk angeguckt, geklatscht und so weiter. Das war teilweise mega lustig, aber es reicht mir jetzt. Weihnachtsbaum, Plastik oder normal? Ähm, wiederverwendbar, den man zurückgeben kann und der wird wieder eingepflanzt. Wir sind grün dieses Jahr. Moment, also der wird abgeholt dann nochmal? Genau, also der wird nochmal hingebracht. Das gibt es. Also den leitet man sich sozusagen aus für Weihnachten und Pflanzen. Ja, mach mal. Ja, ist doch gut. Also das gehört doch, das ist doch super. Toll, nachhaltig, sehr gut. Ja, ich hatte die letzten Jahre, muss ich sagen, Probleme damit, einfach von dem Gefühl, dass der Baum wegkommt nach Weihnachten direkt. Das hatte ich immer eigentlich ein Leben lang und jetzt ziehst du es durch, dass es nicht mehr der Fall ist. Und Plastik, eigentlich auch ganz okay, gibt ja tolle Plastikbäume. Absolut, ja, ja, sieht halt scheiße aus, aber super, ja? Nee, gar nicht. Doch, auf jeden Fall. Nee, und genau, ich, in meiner Wohnung habe ja so ein, sieht man manchmal in Interviews, oder weiß gar nicht, ob man das sieht, ich muss mal ein Foto posten, so ein Holzbaum, wo so ganz, 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 ganz viele Kugeln dran sind. Toll. Ja. Toll. Also ich bin grüne Weihnacht, über grüne Weihnachten. Finde ich super. Ja, ich bin, ihr auch. Was denn? Also ihr habt auch einen echten Baum, ne? Natürlich haben wir einen echten Baum. Oh, dünnes Eis, wahrscheinlich mit, mit, mit Kerzen. Absolut mit Kerzen. What? Ganz dünnes Eis. Meine Oma hat mal gedacht, sie müsste irgendwie so, so drei Sträucher, so drei Tannensträucher da hinstellen und das ist jetzt unser Weihnachtsbaum. Da war ich aber auch. Tumult. Das war Tumult. Das geht bei mir nicht. Da muss der Weihnachtsbaum da sein, der muss groß sein und du hast vollkommen recht, echte Kerzen müssen da dran sein, nicht irgendwie LED oder sowas. So was machen wir ja nicht. Jetzt kennen wir uns 20 Jahre und ich erfahre gerade was Neues über meinen geliebten Rolf Vogel. Ja. Und ihr auch, liebe Freunde, die ihr dazu hört, wie wir so lustig Weihnachten vollbringen. Es ist schön. Wir haben, und das sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch mal erwähnen, einen Kuchen gebacken bekommen. Einen wunderschönen, und zwar auch Backstage, nämlich vom Kollegen Tom Gredel, der bei uns in der Musikredaktion sitzt. Ja. Auf diesem Kuchen ist wunderschön geschrieben, Liedergut. Wir wissen nicht, was es für einer ist, aber es sieht sehr lecker. Ups, die Plätzchen sind auch von ihm. Er hat auch Plätzchen gebacken, das stimmt allerdings. Ich würde mal sagen, wir schneiden den Kuchen mal an und probieren ihn jetzt mal, oder? Okay, Das sieht sehr, sehr lecker aus. Ja. Ja, in den stressigen Zeiten, ich habe mich wirklich gefreut, dass der Tom das für uns gemacht hat, weil es geht ja unter. Es geht so vieles unter in dem ganzen Stress. Ja. Wie, gut, wir kennen uns sehr gut und wissen eigentlich fast alles voneinander. Deswegen möchte ich dich aber trotzdem mal fragen, wie machst du das denn mit dem Weihnachtsstress? Weil im Job ist es ja auch immer viel und dann so und so. Kriegst du alle Erwartungen, die man an dich stellt, erfüllt? Nein. Auf gar keinen Fall. Ich kann sehr, sehr froh sein, dass ich eine sehr nette Familie habe, die mir das verzeiht jedes Mal und tolle Freunde. Du klingst schon wie ein Künstler. Kein Künstler immer. Hustler. Naja, ich war bei zu vielen Interviews dabei. Ne, aber ist tatsächlich so, das ist ja bei dir ganz genauso. Wir sind ja beide in diesem Vorweihnachtsstress. Du kriegst es zwar noch ganz gut hin, in irgendeiner Art und Weise noch was zu organisieren, aber ich bin da ja komplett raus. Caro hat ja auch erzählt, wie sie so das mit den Geschenken handelt. Wie sieht es denn bei dir aus? Amazon. Geschenke. Das darf man ja eigentlich nicht sagen. Amazon ist ja sowas, was toll und zugleich nicht so toll ist. Okay, aber du bestellst auch bestimmt so online, oder? Lässt du dir richtig was einfallen? Und lässt du auch ein bisschen was springen? An Weihnachten? Ja, ja, schon. Da gehen schon so 500, 600 Euro, gehen da schon weg. Also ich kriege immer tolle Sachen vom Golf, aber auch die anderen? Für dich geht die meiste Kohle drauf, natürlich, mein Schatz. Das ist ganz klar. So, dann lass uns mal diesen Kuchen hier probieren. Ja, genau. Wir probieren das jetzt mal so. Also vielen, vielen Dank an den Kollegen Tom, dass er uns diesen tollen Kuchen hier gebacken hat. Wir müssen das machen wie bei dem perfekten Backen. Toller Anschnitt. Die Lasur gleichmäßig. Darf ich mal ganz kurz sagen, dass ich diese Sendung liebe? Das große Backen ist eine großartige Sendung. Grüße an Eni van de Maiklockjes. Ja, wir lieben die auch. Ja, super. Also, toller Kuchen, toller Anschnitt. Moment. Für alle, die uns sehen und hören können. Also es ist wirklich eine... Auch nicht so süß. Ne, ist eine tolle Marzipan-Geschichte. Also unter dem Zucker nicht so süß. Super, super. Ich würde sagen, wir essen jetzt noch lecker Kuchen, trinken noch Wein und feiern einfach ein bisschen Weihnachten. Und feiern einfach ein bisschen Weihnachten. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ja, war für mich was sehr Besonderes. Ja. Wir hoffen, dass es für euch auch was ganz Besonderes war. Und ich glaube, wenn unsere Liedergutgemeinde das toll fand, dass du da warst, vielleicht darfst du dann wiederkommen. Wie jetzt zur nächsten Sendung, oder was? Ja, wenn so ein Special ist oder so, das wäre doch wunderschön. Naja, also wir haben... Ich fühle mich sehr wohl mit dir. Wir haben ja für nächste Woche, haben wir ja eigentlich eine Silvester-Special-Geschichte mit einem Best-of geplant. Ja, warten wir mal ab, was passiert. Wir warten ab. Bis zum nächsten Mal, vielleicht. Stößt du mit mir an? Ich stoße zum 850. Mal in dieser Sendung mit dir an. Schön lieb sein. Es ist Weihnachten. Prost. Wie der Hemm. Ja, frohe Weihnachten. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr Videos wollt, dann abonniert sehr, 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 sehr gerne unseren YouTube-Kanal. Gebt uns einen Daumen hoch und ein Like und kommentiert und umarmt uns und küsst uns. So wie wir euch. Bis ganz bald. Eure Audrey. Fertig? Warst du schon? Warum antwortet mir keiner? Wo seid ihr?